Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes, Drucks. 19. Drucks. 19. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Zur Einbringung hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Tod ist ein Thema, über das man in unserer Gesellschaft nicht gerne spricht und welches man gerne verdrängt. Aber der Tod gehört zum Leben, und es bleibt keinem erspart, sich damit auseinanderzusetzen. Auch das Thema Tod will und muss vom Staat geregelt werden. Daher haben wir auch einige gesetzliche Vorschriften, die das Thema betreffen, etwa das jetzt zur Debatte stehende Friedhofs- und Bestattungsgesetz. Der vorliegende Gesetzentwurf, den ich jetzt hier einbringen darf, nimmt einige Änderungen und Anpassungen auf, die sich aus der Praxis ergeben haben. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Die erste Änderung hat moralische Gründe. Schon seit längerer Zeit werden fertig bearbeitete Grabsteine aus dem Ausland nach Deutschland geliefert. Ein Großteil davon kommt aus Indien, und dort sind an der Herstellung sogar in Steinbrüchen auch Kinder beteiligt. Das ist absolut inakzeptabel, meine Damen und Herren. Mit einer entsprechenden Änderung im Gesetz wollen wir den Kommunen als Friedhofsträgern die rechtliche Grundlage geben, in ihren Satzungen ein Verbot für Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein zu erlassen, die nicht nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden. Wir halten es für sehr sinnvoll, dass wir den Kommunen diese Option geben. Eine weitere Änderung betrifft die Bestattung von Embryonen. Am 15. März 2013 trat die Neuregelung der Personenstandsverordnung in Kraft. Eltern von sogenannten Sternenkindern können seither die Geburt ihres Kindes beim Standesamt anzeigen und ihrem Kind damit offiziell eine Existenz geben, da sie bis dato nicht als Person galten. Für die von solch einem schrecklichen Schicksalsschlag betroffenen Eltern ist das ein sehr wichtiger Schritt, dem ungeborenen Leben eine Würde zu geben. Zur Würde gehört auch ein Grab als Stelle des Gedenkens. Die neue Regelung in § 9 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes setzt hier an. Kinder mit einem Geburtsgewicht von künftig ab 500 g sollen fortan in Hessen als Leiche gelten und damit auch der Bestattungspflicht unterliegen. Eine dritte Änderung soll die Qualität der Leichenschau verbessern. Eine zweite Leichenschau ist gesetzlich vor einer Feuerbestattung vorgeschrieben, um eine natürliche Todesursache zu bestätigen. Die zweite Leichenschau ist die Voraussetzung für die Freigabe zur Feuerbestattung und wird vor Ort im Krematorium durch einen Arzt und in der Regel vom zuständigen Gesundheitsamt vorgenommen. Die zweite Leichenschau soll den Toten zweifelsfrei identifizieren, die nicht sachgerechte Ausstellung des Totenscheins überprüfen und vor allem nicht natürliche Todesursachen erkennen, die Spuren bei einer Einäscherung endgültig beseitigen würden. Um die Qualität dieser zweiten Leichenschau zu verbessern, soll diese künftig durch Ärztinnen und Ärzte der Rechtsmedizin oder von diesen beauftragten Medizinern vorgenommen werden. Das gilt auch für Leichen, die letztendlich nicht in Hessen bestattet werden, sondern an einem anderen Bestattungsort vorgesehen sind. Sollte bei der Leichenschau es Anhaltspunkte für eine nicht natürliche Tod geben, sieht das Gesetz auch eine Mitteilungsfrist an die Polizei und die Staatsanwaltschaft vor. Eine weitere Regelung, die sinnvoll ist, ist im vorliegenden Gesetz die Einführung einer Bestattungsfrist für die Urnen. Verstorbene müssen in Deutschland innerhalb einer bestimmten Frist bestattet, also im Sarg, beerdigt oder eingeäschert werden. Die Bestattung des Verstorbenen im engeren Sinne ist bereits mit der Einäscherung erfolgt, auch wenn die Beisetzung der Urne, z.B. in einem Grab oder in einer Urnenwand, einem Baum oder einem See, noch aussteht. In der Praxis hat sich gezeigt, dass zwischen der Einäscherung und der Urnenbeisetzung oftmals unangemessen lange Fristen verstreichen. Künftig sollen Urnen innerhalb von sechs Wochen nach der Einäscherung beigesetzt werden. Eine letzte Änderung, auf die ich eingehen möchte, betrifft ebenfalls das Thema Urnenbestattung. Diese sind in einem Grab in einer Urnenhalle, Urnenwand oder sonst wo zu bestatten. Ausnahmen sind aber möglich. Für diese Ausnahmen sollen künftig zentral das Regierungspräsidium in Kassel zuständig sein. In allen Fällen gilt aber, dass es uns sehr wichtig ist, dass die Urne den Angehörigen und ich füge auch hinzu, auch nicht an den Bestatter ausgehändigt wird. Das regelt der neue § 20 Abs. 3 sehr deutlich und eindeutig. Meine Damen und Herren, werte Kollegen, ich denke, die Notwendigkeit dieser Neuregelung dürfte weitgehend unstrittig sein. Darüber und ihre konkrete Umsetzung werden wir im Innenausschuss sicherlich weiter beraten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Franz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Hessische Friedhofs- und Bestattungsgesetz ist zuletzt am 2. Februar 2013 durch den Landtag geändert worden, am 1. März 2013 in Kraft getreten und hat eine Befristung bis zum 31. Dezember 2020. Es ist schon auffällig, dass ein Gesetz zweieinhalb Jahre vor Auslaufen der Gültigkeit verändert werden soll. Eine Gesetzesänderung lange vor Ablauf der Gültigkeit ist eigentlich eine klassische Aufgabe der Regierung. Dies wäre verbunden mit einer Regierungsanhörung, wo zum Beispiel Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände von Bestattern, rechtsmedizinischen Instituten und Steinmetzen eingeflossen wären. Ob die Regierungskoalition die Betroffenen eingebunden haben oder ob deren Interessen im Änderungsentwurf berücksichtigt wurden, werden wir spätestens bei der Anhörung im Ausschuss feststellen, die wir als SPD-Fraktion fordern. Es finden auch Hinweise auf Regelungen in anderen Bundesländern statt. Es ist die Frage, ob das Hessische Gesetz hinter denen in anderen Bundesländern zurückgelegen hat, sodass jetzt eine gewisse Eile geboten ist. Die vorliegende Änderung vor Ablauf der Gültigkeit wird mit dem Hinweis auf Rechtssicherheit begründet. Diese Begrifflichkeit trifft sicher auch für einige Veränderungen zu. Andererseits verdeckt oder kaschiert dieser Begriff gravierende Fehlentwicklung im menschlichen Umgang mit Angehörigen, Patienten oder Bewohnern von Seniorenheimen. Die Bandbreite der Betreuung von Schutzbefohlen reicht dabei von liebevoller und aufopferungsvoller Pflege bis zu den niedrigsten Motiven und Handlungsweisen, zu denen Menschen fähig sind. Berichte über sogenannte selbsternannte Todesengel sprengen unsere moralischen und ethischen Vorstellungen ebenso wie der Fall des Krankenpflegers Nils H., der für 106 Tote verantwortlich ist, der wehrlose und hilflose Patienten aus selbstsüchtigen und niedrigsten Motiven mit verabreichten Medikamenten in lebensbedrohliche Zustände versetzt hat, um anschließend Anerkennung für Rettungsversuche zu halten, quasi einen Serienmörder am Krankenbett, dem man dann leider viel zu spät auf die Spur gekommen ist. Aber auch die Tötungskollegte an Kindern zeigen ein Maß an Verrohrung und Gewalt, das für viele Menschen unvorstellbar ist. Die Gesellschaft und auch die staatlichen Stellen werden trotz aller Einsprengungen der Vorsorge, Prävention und erforderlicher Kontrolle nie gänzlich ausschließen können, dass so etwas geschieht. Der Tod gehört zum Leben, das hat auch der Kollege Bauer so formuliert. Aber wir müssen diese Endgültigkeit akzeptieren. Was wir aber nicht akzeptieren müssen, ist, dass Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben und die Täter unerkannt bleiben und nicht zur Verantwortung gezogen werden. Über die Dunkelziffer nicht entdeckter Straftaten in diesem Zusammenhang kann man sicherlich nur spekulieren. Die Tatsache als solche wird sicherlich auch niemand leugnen können. Daher sind die Überlegungen in § 10 Leichenschau und § 11 Mitteilungspflichten bei einem nicht natürlichen Tod sicherlich die richtigen Konsequenzen, die auch unsere Unterstützung finden. Die Qualität der Leichenschau muss insgesamt verbessert werden. Bei Feuerbestattungen ist es auch vorgesehen, dass die Todesursache und Todesart durch eine zweite Leichenschau zu überprüfen ist. Vornehmen dürfen dies, das wurde eben auch schon formuliert, entweder nur Ärzte eines öffentlichen rechtsmedizinischen Instituts, oder wenn die nicht vorhanden sind, kann die Leiterin eines solchen Instituts eine entsprechende Anzahl von Ärzten damit beauftragen. Wenn das alles nicht funktioniert, sind die Gesundheitsämter am Zuge. Da stellt sich die Frage, ob dann auch die entsprechenden personellen Ressourcen für diese Aufgabe letztendlich zuständig sein werden und sein können. Auch das werden wir sicherlich in der Anhörung nachfragen, ob es eine solche Sicherheit über die personelle Ausstattung in den Bereichen gibt. Über die anderen Dinge ist eben schon berichtet worden, was noch geändert werden soll, die Einbeziehung totgeborener Kinder nach Geburtsgewicht. Da habe ich übrigens auch gelesen, dass momentan eine Initiative entsteht, dass die sogenannten Sternenkinder generell beerdigt werden können. Das müssen wir sicherlich auch im Ausschuss noch einmal diskutieren. Die Ermöglichung der Bestattung von Embryonen wurde erwähnt, die Bestattungsfrist für die Urnen, also nach der Einäscherung sechs Wochen Zeit, um das durchzuführen, ist sicherlich auch richtig. Das Verbot von den Grabsteinen, das ist natürlich für die Kommunen oder diejenigen, die das kontrollieren sollen, eine große Aufgabe oder manchmal auch eine nicht zu erfüllende Aufgabe. Denn auf dem Papier steht sicherlich vieles. Ob dann die entsprechenden Grabsteine oder Einfassungen, die aus Indien kommen, diese Kriterien erfüllen, ist sicherlich in vielen Bereichen nur sehr schwer. Und wenn, dann mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand nachzuvollziehen. Aber wenn es eine Kommune oder ein kirchlicher Träger möchte, kann er das in seine Satzung aufnehmen und entsprechend auch umsetzen. Die Datenübertragung ist ebenfalls noch einmal erwähnt worden und die Einführung der gesetzlichen Grundlage für die Auskunftserteilung. Da stellt sich für uns auch die Frage, nach welchen Kriterien soll das dann letztendlich geschehen, wer kann nachweislich ein Interesse an den entsprechenden Unterlagen vorbringen und wie ist es ausgeschlossen, dass dies nicht missbräulich geschieht. Das Gleiche trifft zu bei den entsprechenden Anfragen, die aus wissenschaftlichen Gründen dann in diesem Bereich angefordert werden. Die Frage des Geheimhaltungsinteresses ist sicherlich auch gegenüber den Familien und Angehörigen noch einmal zu debattieren. Dass das Änderungsgesetz, das wir heute in der ersten Lesung debattieren, nicht befristet ist, ist sicherlich auch sinnvoll und zu begrüßen. Die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfs ist sicherlich unstrittig, und vielen Punkten können wir sicherlich auch schon jetzt unsere Zustimmung geben. Details sind sicherlich noch zu diskutieren, und das werden wir sicherlich auch in der Anhörung gemeinsam erledigen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Franz. – Für die Fraktion DIE LINKE spricht nun Herr Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist sehr bemerkenswert, wie viele Gesetze, Artikel und Paragraphen in Deutschland selbst nach dem Tod noch notwendig sind. Wer dachte, damit sei einmal endlich Schluss, der werfe einen Blick in das vorliegende Gesetz und lasse sich eines Besseren belehren. Der bekannte Spruch von der Wiege bis zu wahren Formulare stimmt also wirklich. Aber in der Tat werden im Brithofs- und Bestattungsgesetz Fragen aufgeworfen, die der Regelung bedürfen. Es geht um Verwaltungsrecht und Hygiene, um Kriminaltechnik und Rechtsmedizin, aber auch um Ethik und Arbeitsschutz. Spätestens bei der Ethik und beim Arbeitsschutz wird es kompliziert und im Kern auch politisch. Auffällig ist, dass nun endlich in § 6a ein Verbot von Grabstein aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufgenommen werden soll. Nun endlich deshalb, weil dies bereits in einem Änderungsantrag der GRÜNEN, Drucksache 19-18-5764, zu einem Gesetzentwurf der SPD, Drucksache 19-18-5539, aus dem Jahr 2012 beantragt wurde. Das Verbot von Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabstein war und ist auch für uns als LINKE sehr wichtig. Wir bedauern es deshalb, dass weitere fünf Jahre ins Land gehen mussten, um diese Forderung nun endlich in die Tat umzusetzen. Es war aber die Verantwortung seinerzeit von CDU und FDP, die dies in der letzten Legislaturperiode noch weggestimmt haben. Aber es ist hier tatsächlich das Gleiche gemeint, was die GRÜNEN seit der Zeit in der Opposition, also gemeinsam mit SPD und LINKE, forderten. Ich zitiere aus dem damaligen Änderungsantrag zum gleichen Gesetz, Drucksache 19-18-5764, in § 2 wird folgender Abs. 8 angefügt, dass nur Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden dürfen, die nachweislich aus fairem Handel stammen und ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisation hergestellt sind. Zitat Ende. Jetzt steht im Gesetz, dass zunächst auch wieder darin, aber nur in den Vorbemerkungen auf Seite 1 steht, ich zitiere, dass zukünftig sollen Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit entsprechend der Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisation verboten werden. Das klingt gut, ist aber wie gesagt nur die Vorbemerkung. Im Gesetz steht dann auf Seite 4, dass nur Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen der Kinderarbeit im Sinne des Art. 3 des Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation hergestellt worden sind. Auffällig bleibt also der Unterschied im Text, also weg mit dem Fairtrade. Es geht nicht mehr um Kinderarbeit als Ganzes, sondern man muss jetzt schauen, ob das schlimmste Formen von Kinderarbeit sind. Es gilt also zu klären und mit Experten im Innenausschuss zu diskutieren, ob diese Bezugnahme auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, das übrigens schon aus dem Jahr 1999 stammt, ausreichenden Schutz vor Kinderarbeit bietet. Ebenso haben wir Diskussionsbedarf, ob eine Kannbestimmung in der Ersatzung der Städte und Gemeinden ausreicht oder ob hier nicht eine verpflichtende Sollbestimmung angesagt wäre. Was nützt es denn, wenn man das ins Gesetz reinschreibt, aber es letztendlich nicht verbindlich wird? Das Gesetz eignet sich sicherlich nicht für den politischen Streit. Das will ich an dieser Stelle auch zugeben. Wir sollten aber auch offen darüber nachdenken, ob die jetzt vorgesehene Ermöglichung der Bestattung von Embryonen, so wie es hier vorgesehen und vorgetragen wurde, die angemessene Form darstellt. Es ist kein einfaches Thema, das wir ebenfalls mit den Fachleuten gerne besprechen möchten. Wir werden uns also im Innenausschuss für eine Anhörung aussprechen, um bestehende Probleme und Lösungen zu beraten. Denn letztlich geht es auch um die konkreten Auswirkungen, welche das Gesetz auf die Umstände der letzten Reise des Menschen haben kann. Es berührt viele Gemeinden und Städte und letztlich auch die Trauergemeinde oder den Schutz vor Kinderarbeit. Das werden wir mit der notwendigen Sorgfalt mit umzugehen haben. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Danke, Herr Schaus. – Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist bereits schon mehrfach gesagt worden, das vorliegende Gesetz eignet sich sicherlich nicht zu wohlfeilem politischem Streit oder parteipolitischen Auseinandersetzungen. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Ich hoffe, dass das auch alle bei den verschiedenen Themen, die man durchaus unterschiedlich betrachten kann, nicht vergessen. Wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das vielleicht relativ unspektakulär daherkommt. Wir sollten uns aber im Klaren sein, dass es für die Menschen, für die wir hier Politik zu machen haben, eine ganz zentrale Bedeutung hat, weil es in der Tat in besonders schwierigen Lebenssituationen, insbesondere auch der Hinterbliebenen, eine wichtige Rolle spielt, eine sehr bedeutende Rolle spielt, und da sehr viele persönliche Empfindungen angesprochen werden. Trotzdem wird es das eine oder andere Thema geben, mit dem wir uns in der Anhörung in aller Ruhe und Sachlichkeit gründlich auseinandersetzen müssen. Ich will kurz skizzieren, was für mich die drei wichtigsten Punkte in diesem Gesetzentwurf sind. Das eine ist die Einbeziehung totgeborener Kinder und Embryonen. Das ist ein Thema, bei dem ich gar nicht weiter etwas dazu sagen will, weil wir in der Tat auch in der Anhörung sehr genau werden zuhören müssen und uns gegebenenfalls anschließend noch einmal gemeinsam überlegen müssen, was die richtige Lösung in diesem Bereich ist. Es gibt zwei weitere Punkte, zu denen ich ein paar Worte sagen will. Das eine ist die Frage der Qualität der Leichenschau, die verbessert werden soll. Das andere ist die Frage der Urnenbestattung. Zunächst zur Frage der qualitativen Verbesserung der Leichenschau in Hessen. Das ist aus unserer Sicht ein Punkt, dem ganz besonders hohe Priorität zukommen muss. Der Sinn und der Zweck einer Leichenschau, nämlich die Todesursache der verstorbenen Person zu ermitteln und insbesondere die Fälle einer nicht natürlichen Todesursache aufzudecken, wird mit dem derzeitigen Verfahren der Leichenschau, wie viele immer wieder beklagen, nicht in allen Fällen erreicht. Die Frage, die dort eine Rolle spielen muss, ist, ob das, was jetzt an Regelungen vorgesehen ist, insbesondere mit der zweiten Leichenschau vor Feuerbestattung, ausreicht, um die Probleme zu lösen. Denn es ist natürlich von zentraler Bedeutung im Zuge der Kriminalitätsbekämpfung, dafür zu sorgen, dass die Leichenschau einen zuverlässigen Beitrag leistet, dass Verbrechen nicht unentdeckt bleiben. Wir erwarten uns in der Anhörung zum Gesetz wertvolle Hinweise, insbesondere auch von den Sicherheitsbehörden und Polizeigewerkschaften, die wir uns anhören sollten. Gegebenenfalls muss man auch hier nach dem Ergebnis der Anhörung noch einmal über Nachbesserungen reden. Der zweite Punkt. Hier ist im Gesetz vorgesehen nur eine Regelung, wonach eine Bestattungsfrist auch für Urnen eingeführt werden soll. Herr Kollege Bauer hat einen Punkt erwähnt, die Regelung, dass Urnen keinesfalls an Angehörigen ausgehendigt werden dürfen. Das zeigt mit dem Finger auf das eigentliche Thema, das in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird und mit dem wir uns zumindest sorgfältig auseinandersetzen sollten. Es ist nämlich noch die Frage, ob es in der Tat heute noch notwendig ist, an dem Friedhofszwang für Urnen festzuhalten oder ob nicht den Angehörigen auch die Möglichkeit eröffnet werden sollte, selbstbestimmt über den Aufbewahrungsort der Urne zu entscheiden. Ich wiederhole, das ist ein höchst streitiges Thema. Es ist ein höchst streitiges Thema, weil einerseits natürlich das Selbstbestimmungsrecht sowohl des Verstorbenen, der etwa testamentarisch entsprechende Anordnungen treffen könnte, wie auch das Recht, das Verfügungsrecht der Erben. Gibt es ein solches überhaupt? angesprochen wird. Das ist der eine Teil. Dieses schränken wir ein mit dem Friedhofszwang. Der andere Punkt ist, dass man natürlich auch im Blick haben muss. Da kann ich Ihnen aus meiner beruflichen Erfahrung durchaus sagen, das ist gar nicht so fernliegend, dass man damit rechnen müsste, dass im Zweifelsfall auch über den Verbleib der Urne Streit zwischen Erben und Angehörigen entstehen kann. Das ist die andere Seite der Medaille. Ich will gar nicht reden von der Problematik, was mit der Urne passiert, wenn sie irgendwann einmal nicht mehr auf dem Kamin-Sims steht oder im eigenen Garten. Das sind alles Fragen, bei denen ich sage, wir brauchen die Anhörung. Wir brauchen die Anhörung, um sehr genau zuzuhören und abzuwägen, was die richtige Lösung ist. Ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin, eine endgültige Meinung zu haben. Ich bin sehr gespannt auf die Anhörung und erhoffe mir dort einen echten Erkenntnisgewinn, der dazu führen wird, wie auch meine Empfehlung an die Fraktion, die insgesamt noch nicht entschieden ist, sein wird, wie wir damit umgehen. Vielen Dank. Danke, Herr Greilich. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Goldbach gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wissen, unsere Friedhöfe sind Städte der Erinnerung, der Trauer und des Abschiednehmens. Wir haben aber auch Regelwerke. Das ist auf Landesebene das Hessische Friedhof- und Bestattungsgesetz. Wir wollen dort einige Änderungen vornehmen, zum Beispiel im Sinne der Kommunen, aber auch im Sinne der Angehörigen von Verstorbenen. Ich möchte zuerst einmal etwas sagen zu der Verwendung von Grabsteinen ohne ausbeuterische Kinderarbeit. Das war uns GRÜNEN auch ein besonderes Anliegen. Denn die hessischen Kommunen können zukünftig eine Friedhof-Satzung erlassen, in der geregelt ist, dass nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit aufgestellt werden. Es gab in Deutschland schon einige Kommunen, die haben das von sich aus getan, solche Satzungen zu erlassen. Aber das Bundesverwaltungsgericht erklärte mit Urteil vom 16.10.2013 diese Satzungen eben für unzulässig, weil auf den Landesebenen eine Ermächtigung dazu fehlte. Genau diese Lücke wollen wir jetzt schließen. Andere Bundesländer haben das auch schon getan. Wir GRÜNE freuen uns auch über diesen Schritt im Menschenrechtsschutz. Denn seit den 90er-Jahren überschwemmen Grabsteine und andere Natursteine aus Indien unsere Märkte. Obwohl es in Indien, einem der Hauptproduktionsländer für diese Natursteine verboten ist, Kinder in den Steinbrüchen arbeiten zu lassen, berichten schon seit langem Menschenrechtsorganisationen darüber, dass Kinderarbeit in den Steinbrüchen anzutreffen ist. Man muss sich vorstellen, diese Kinder haben eigentlich auch eine Schulpflicht. Stattdessen arbeiten sie bei 40 Grad und höheren Temperaturen in den Steinbrüchen, ohne jede Schutzkleidung. Kein Mundschutz, keine Handschuhe, zu wenig Trinkwasser, kein Gehörschutz. Viele von diesen Kindern erkranken an der tödlichen Staublunge. Die Lebenserwartung dieser Kinder liegt zwischen 40 und 50 Jahren. Es ist klar, dass wir eine solche Produktion nicht unterstützen können und deswegen alles tun, was in unserem Ermessen und in unserer Möglichkeit liegt, um dagegen zu arbeiten. Schätzungen besagen, das ist kein kleines Problem, dass weltweit etwa 1 Million Kinder unter schlimmsten Bedingungen nur in Steinbrüchen eingesetzt sind. In Indien sind es vermutlich 150.000 Kinder nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisationen. Deutschland hat auch die ILO-Konvention unterschrieben. Die schreibt vor, dass die schlimmsten Formen der Kinderarbeit mit unverzüglichen und umfassenden Maßnahmen zu bekämpfen sind. Wir als Gesetzgeber haben hier eine doppelte Pflicht, um uns um den Schutz der Kinder in den Produktionsstätten zu kümmern. Zum einen sind es die globalen Menschenrechte, die uns verpflichten. Aber wir haben auch eine grundlegende ethische Verpflichtung, um alle Formen der Kinderarbeit zu bekämpfen, wo wir einen Einflussbereich haben. Hier haben wir den. Beim Import von Naturstein ist es eben möglich und machbar. Es gibt mehrere Zertifizierungsinstitute. Es wurde eben schon einmal gefragt, wie man das denn nachweisen kann. Die zertifizieren einmal die Export- und Produktionsunternehmen. Das kann aber auch der Importeur beantragen, diese Zertifizierung. Dann wird eben genau geprüft, alle sozialen Standards wie keine Kinderarbeit, die Arbeitszeiten, Gesundheitsversorgung, also alle sozialen Aspekte bei der Arbeit werden geprüft. Es wird ein Zertifikat für einen nur begrenzten Zeitraum ausgestellt. Die Unternehmen, die die Zertifizierung beantragen, müssen immer unterschreiben, dass sie unangemeldete Kontrollen zulassen. Die werden dann auch durchgeführt. Das heißt, wir haben hier Zertifizierungsverfahren, die von insgesamt drei großen Unternehmen durchgeführt werden und die auch anerkannt und gut sind. Es gibt noch einen anderen Grund, warum es richtig ist, dass wir den Kommunen etwas ermöglichen, eine solche Regelung zu treffen. Wir sehen eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion bei der öffentlichen Hand im Bereich Beschaffung. Das gesamte jährliche Auftragsvolumen von Bund, Ländern und Gemeinden beträgt etwa 360 Milliarden € pro Jahr. Das sind 17 % des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ganz erheblich. Das heißt, die öffentliche Hand hat eine Marktmacht. Wir wollen eben, dass sie diese Marktmacht nutzt, um sich für eine nachhaltige Wirtschaft und soziale Standards einzusetzen. In diesem Sinne haben wir in Hessen schon das Vergaberecht geändert. Wir gehen jetzt mit der Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes einen weiteren Schritt in die richtige Richtung, die Verantwortung des Landes bei der Beschaffung für soziale Verantwortung wahrzunehmen. Ein weiterer Bereich, den wir ändern, ist, das wurde auch schon von den Kollegen angesprochen, die Bestattung von totgeborenen Kindern. Herr Kollege, es wäre echt ganz nett, wenn Sie da drüben einen Moment zuhören. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Ich finde, gerade bei dem Thema wäre es angemessen, dass wir uns ruhig zuhören und es nicht so eine wahnsinnige Geräuschkulisse ist. Danke schön. Für die Eltern von totgeborenen Kindern spielt es keine Rolle, ob das Kind, das leider nicht lebend zur Welt gekommen ist, erst zwei, vier oder sechs Monate alt war. Deswegen haben wir hier eine Regelung geändert, nämlich in § 19, das ist der Paragraf, der die Erdbestattung regelt, dass eben auch zukünftig Kinder einmal mit einem Geburtsgewicht von weniger als 500 g bestattet werden können. Aber wir haben zwei Begriffe geändert. Es stand vorher Fötus, und man muss die Begriffe auch genau erklären. Fötus heißt etwa neunte Schwangerschaftswoche mit ausgebildeten Organen. Embryo heißt quasi Embryo von der Zeugung an. Das heißt, diese sogenannten Sternenkinder können auch dann bestattet werden. Das finden wir einen ungeheuer wichtigen Schritt für die Eltern dieser Kinder. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Zu den anderen Änderungsvorschlägen im Gesetzentwurf werden wir uns in der Anhörung und in der Debatte im Innenausschuss sicherlich noch unterhalten. Ich finde es sehr schön, dass wir das bei diesem Thema sachlich tun. Erst einmal klingt der Begriff Friedhofs- und Bestattungsgesetz recht sperrig. Aber das, was wir regeln, betrifft Menschen in ihrem täglichen Leben und in sehr besonderen Situationen. Deswegen sollten wir auf eine besondere Art mit diesem Thema umgehen. Danke, Frau Goldbach. – Für die Landesregierung spricht Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gültigkeit des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes wurde zuletzt ohne weitere wesentliche Änderungen im Jahr 2012 auf das Jahr 2020 verlängert. Das Gesetz hatte sich zwar nach dem damaligen Evaluierungsverfahren im Wesentlichen bewährt, doch einige Punkte sollten im Rahmen der nächsten Evaluierung noch einmal überprüft werden. Neben der im Jahr 2013 geschaffenen Ausnahme von der Sargpflicht aus religiösen Gründen gab es allerdings bis heute keine weitere Novelle, die die zwischenzeitlichen Anforderungen im Vollzug des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes berücksichtigen konnte. Der Gesetzentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes will die damals angekündigte Prüfung nunmehr vornehmen und verfolgt dabei im Wesentlichen zwei Zielrichtungen. Als einen Schwerpunkt will er zu mehr Klarheit und Sicherheit im Umgang mit dem Friedhofs- und Bestattungsrecht verhelfen. Im Hinblick auf die besondere Pietät für alle Fragen der Bestattung Verstorbener ist besonders das Friedhof- und Bestattungswesen auf Rechtssicherheit angewiesen. In den oftmals schwierigen und sensiblen Fragen mit dem Umgang Verstorbener ist jede rechtliche Unsicherheit fehl am Platze. Ich will in diesem Zusammenhang nur auf einige wichtige Punkte der Novelle eingehen, die auch eben hier schon Gegenstand der Debatte waren. Eine gesetzlich essentielle Frage ist natürlich, was das Gesetz unter einer Leiche versteht. Bisher gab es nur in einem Anhang des Gesetzes eine Definition des Begriffs einer Leiche. Hinsichtlich totgeborener Kinder schlägt der Entwurf vor, sich entsprechend den Regelungen der anderen Bundesländer und dem Personenstandswesen zukünftig ausschließlich an dem Geburtsgewicht des Kindes und nicht mehr an dem jeweiligen Schwangerschaftsmonat zu orientieren. Dabei geht es ausschließlich um die Frage, wann die Bestattungspflicht der Eltern einsetzt. Unabhängig von dieser Bestattungspflicht haben die Angehörigen schon vorher das Recht, die Bestattung eines totgeborenen Kindes oder eines Fötus zu veranlassen. Der Gesetzentwurf schlägt ebenfalls in diesem Zusammenhang eine Bestattungspflicht für Embryonen vor. Diese Pflicht trifft allerdings nicht die Eltern, sondern ausschließlich die Kliniken. Die Novelle will auch die bisherige Leichenschau verbessern. Auch das ist hier schon debattiert und angesprochen worden. Bisher fanden sich die gesetzlichen Vorgaben für die Leichenschau zum Teil im Gesetz und zum Teil in einer Anlage zum Gesetz. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollen in der Neuregelung die bisher verstreuten Regelungen in einer Vorschrift zusammengefasst werden. Um insbesondere die Qualität der Leichenschau vor einer Feuerbestattung schlägt der Entwurf zum Beispiel vor, dass die sogenannte zweite Leichenschau nur von Ärztinnen und Ärzten der rechtsmedizinischen Institute oder von Ärzten, die von den Leitern der Institute beauftragt wurden, durchzuführen sind. Sollte dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, können Ärzte der Gesundheitsämter die Feststellungen treffen. Als weitere wichtige Änderung will die Novelle auch die Mitteilungspflichten bei einem nicht natürlichen Tod in einer neuen Vorschrift zusammenfassen und notwendige Klarstellungen vornehmen. Polizei und Staatsanwaltschaften sind für die Entscheidung zur Aufnahme von Ermittlungen darauf angewiesen, dass sie bei einem nicht natürlichen Tod oder einer ungeklärten Todesart informiert werden. Auch in diesem Bereich darf es keine Unklarheiten darüber geben, wann und von wem eine Mitteilung zu erfolgen hat. Neben diesen wichtigen Punkten erhält die Novelle auch viele Punkte, in denen es in der Praxis Unklarheiten gegeben hat. So soll unter anderem eine Bestattungsfrist für Urnen eingeführt werden. Nach der gesetzlichen Neuregelung müssen Urnen zukünftig innerhalb von sechs Wochen nach der Einäscherung beigesetzt werden. In der Praxis hat sich leider in Einzelfällen die Beisetzung von Urnen für einen unangemessen langen Zeitraum verzögert. Daneben will die Novelle aber auch politische Entwicklungen aufgreifen, die aus meiner Sicht selbstverständlich sind. Frau Kollegin Goldbach hat das gerade vorgetragen. Dazu zählt besonders die neue Regelung zum Verbot der Verwendung von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Ausbeuterische Kinderarbeit ist international geächtet. Der Gesetzgeber tut aus meiner Sicht gut daran, wenn er den Vorschlag aufgreift, dass zukünftig jede Grabeinfassung und jeder Grabstein aus ausbeuterischer Kinderarbeit auf hessischen Friedhöfen verboten werden kann. Da die Gemeinden gesetzlich Träger der Friedhöfe sind, können sie zukünftig im Rahmen der Friedhofssatzung darüber entscheiden, ob sie von der Ermächtigung für ein Verbot Gebrauch machen wollen. Der Gesetzentwurf findet dabei aus meiner Sicht einen Ausgleich zu den berechtigten Interessen der betroffenen Steinmetzbetriebe. Neben einer Regelung zum Bestandsschutz enthält der Entwurf auch zahlreiche Möglichkeiten zum Nachweis darüber, dass ein Grabstein oder eine Grabeinfassung ohne schlimmste Form der Kinderarbeit hergestellt worden ist. Der Gesetzentwurf sieht auch die gesetzlichen Grundlagen einer elektronischen Übermittlung von Sterbefallmitteilungen von den Standesämtern an die Gesundheitsämter sowie für Auskünfte aus den Leichenschauscheinen vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in der Tat ein für uns alle bedeutendes Gesetz, weil es sich mit den höchstpersönlichen Dingen auseinandersetzt. Ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie sich in einer sehr sachlichen Form mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Ich sehe den Beratungen im Innenausschuss entgegen und hoffe, dass wir uns diesen sachlichen Ton in der weiteren Debatte beibehalten. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Bevor wir fortfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne den Botschafter der Mongolei, seine Exzellenz, Herrn Dr. Ganbat, gemeinsam mit Herrn Honorarkonsul Dirk Pfeil und Ihnen ein herzliches Willkommen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir sehen uns morgen früh. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN